Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir Clogia Dragon Mary Ja, heute starten wir schon relativ spät erst Und zwar fahre ich jetzt dann gleich zum Orthopäden Wegen dem Fuß bzw. meinem Rücken Der ist auch nicht ganz in Ordnung Das mit den Videos in letzter Zeit ist etwas kompliziert Gestern ging es mir total schlecht Da konnte ich das Video von vorgestern nicht bearbeiten Oder hochladen Wenn es nicht fertig ist, kann ich es nicht hochladen Das ist sehr ungut Ich habe heute einmal die Dragon Mary Videos geschnitten Für fast Ende des Monats Ja Dann muss ich noch schauen, dass ich die Ratten heute mache Aber ich werde schauen, dass ich zumindest das von vorgestern einmal hochlade Und dann Ja Ich schaue halt, dass sie jetzt nicht mehr zu lang werden Dann geht das auch schneller Morgen muss ich die Wiki gehen lassen Leider Weil die sitzt nur noch so da Atmet schwer Hat Blähungen, die nicht weggehen mit den Medikamenten Ich weiß nicht, auf der Kamera kommt das nicht so gut rüber Aber ich sehe an, dass es nicht gut geht Now ich kann esse wingschalter Und dann gibt es tue aber dann kann sie den Rundschalter